Verarschen? Da oben. Die ballern gerade mit dem anderen Scott. Das ist schön. Ah scheiße, wir müssen raus. Hoch? Ja. Los, komm. Nein, neben mir, rechts. Der ist weg. Hier, ich bin zum heilen bereit. Schweini, ich bin hinter dir. Stop, 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 stop. Good kill, my brother. Good kill, my brother. Bro, stirb endlich! So läuft das. Und nicht anders. Äh, da läuft einer. Das könnte sein, dass der in unsere Richtung kommt. Mal gucken. Ja, hier. Das sind zwei. Da hinten kommt einer. Ja, ich weiß. Der heilt sich hier hinten. Da hinten ist er. Nee, Quatsch. Bullshit. War Pflanzer. Alter. Hab ich. Einer ist noch. Das war, glaube ich, ein Octane. Schweine, pass auf deine Energie auf. Ah, chill, chill, chill. Hör auf, die zu pushen. Hör auf. Äh. Wo? Hast du die rausgeholt? Ist da außerhalb, nee. Das ist ja nur Kleine. So, warte, ich muss mich ganz kurz heilen. Von der Seite. Oh, nein. Nein. Hier, hinter uns. Hab ich. Da kommt noch einer. Blathauk, komm. Nee. Hier, hinten. Warte, ich muss mich erst mal heilen. Ich muss mich erst mal heilen. Ich halte das ab. Alles cool. Warte mal, ich brauch noch Heilung. Ich hab nämlich nichts mehr. Die Seiten sind wir. Alle Dreier. Warte. Die kommen gleich. Warte. Wo bist du? Links. Stay alone. Pushed von links. So, die ist was down. Hinterm Stein, glaube ich. Hier, hinterm Stein. Ast rein. Ich glaube, von hinten. Geht's hier hinten. Was down? Mach, ich hole mich selbst. Nein. Boah, heil. Mach'n klar. Oh, nicht schon, würde ich auch. Ja, hab ich nicht gerafft. Oh, das ist aber echt knapp. Oh, noch zwei Spots. Was für ein Runder. Ja. Fuck. Naja, im Endeffekt kann ich nur eine Sibline hoch machen. Auf Riese. Let's explore this year. Stimmt. Coole Idee. Ich brauche aber noch 10%. Ich brauche aber noch 10%. Ja. One minute. The raid is in Wartung. Zipline ist da. Wollen wir hoch oder nicht? Ja. Komm, ja. Bevor die uns mit ihrem EMP. Der eine ist gerade, glaube ich, auf der anderen Seite. Danke, sehr geil. Oh, leser Gewehr. Nein, ich bin down. Ich weiß aber nicht von was. Und vor allem von wo. Das kann nicht sein, ey. Ach, hier ist er. Die haben sich verstreut. No way. Die haben sich so auseinandergeballert. Scheiße. Coole Runde. Sehr coole Runde. Ich seh's, ich seh's, ich seh's, ich seh's. Nein, die Waffe ist alle. Das kotzt mich ja jetzt richtig an. Scheiße. Ja, ich wollte erst mal mich vollheilen. Chill. Wie viel hast du noch? Ich hab ja keiner Vertrauen. Nein, ich hab keine Munie mehr. Okay. Nein, ich hab nichts verletzt. Ach mei, die sind die Waffe auch. Alles cool. geht genau in die tür die granate geil hier die werden gepusht nein hier unten ich bin gerade im trouble oh nein noch einer chill mal chill oh hier die zone kommt ja sagt das doch mal hier 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 Ich habe gerade ein nächstes Problem, warte mal. Ich werde erst nämlich heilen, dann könnte ich dich... Bist du noch in der Zone? Außerhalb? Du bist außerhalb? Ja. Warte kurz. I am the hunter of the gods have sent. Bewilligt. Deine Slaughter. The heart begins. Wirst du das, dass das hier... Ich glaube, ich verschwitte. Die Zone ist ja noch gar nicht da. Wir sind noch mittendrin. Ja, da kommst du nicht ran, das ist klar. Aber immerhin könnte man sagen... Ich komm erst mal hierher, komm zu mir. Soll ich dir eine Alternative droppen? Na, wir können ja schon mal hier so Richtung, wie du so schön sagst, Stein. Hier von mir aus auch lang. Die Zip-Line habe ich. Da oben auf dem Vorsprung. F**k... Ich bin auch total überfallend. Was soll ich denn da oben? tatsächlich ich könnte weiß ich nicht ich könnte ich könnte eine Zip-Line hier so hin in die Richtung oh ja, die pushen die pushen das andere Squad hier einen habe ich scheiße, die haben mich einmal noch ich nicht treffe hier jawoll jawoll alter wie geil sind wir denn oh Gott, geile Meile das war eine coole Aktion haben wir komplett der eine ist ja verreckt der freut sich jetzt was hast du vor ich weiß ganz genau was du gleich vor hast bist du gut in dem Spiel die Frage kannst du dir jetzt hoffentlich selber beantworten alter ich habe auch eine Zip-Line drauf sind welche aber die sind außerhalb wir müssen in die Zone wir müssen hier rein das ist die Zone komm ach ne sorry vergiss es ich sehe es grad vor mir hab ich hab ich schildzellen 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 hier ist genug hier ist genug warte warte ich guck mal kurz was ich hab achso ich hab auch nur hier Heilungen direkt über meinen Kopf sexy erstmal nachladen Mensch ich trottel so so ah was ist das hier schöne Position die gefällt mir gar nicht ey wir lass uns schon mal eine bessere Position suchen oder ja die sind da oben auf dem Dach glaube ich ich hab noch 25% ja da oben sitzt einer ach sie treffen mich schon wieder lass uns rein ins Haus wenn wir bei denen drinnen sind in welches Haus wo ach ne das rechte Haus na los ich hab keine Schildzellen mehr ich hab auch nur noch ein Phoenix Kit ich muss nur noch mein Phoenix Kit jetzt rein knallen jetzt hopp oder top Schritte Schild Battery hier jetzt ist sie weg verarschen da oben die ballern gerade mit den anderen Scott ja das ist schön die müssen ah scheiße wir müssen raus hoch hoch ja los komm nein neben mir rechts der ist weg hier ich bin zum heilen bereit schweini ich bin hinter dir stop 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 oh nein vor mir fuck die haben uns gepusht nein oh unser Mate lebt noch zweier ja ja boah wenn der jetzt Granaten rausschmeißt der könnte jetzt Granaten erst rein in den Schacht schmeißen sauber heil dich meiner heil dich danke so das ist das letzte Squad der jetzt einen Reißer macht flipp ich aus oh der ist komplett geil Gold alter zieh dir das rein mhm der ist jetzt aber außerhalb der Zunge gerade gerannt na am Rand ne der ist am Rand oh das ist spannend spannend hoch 28 alter wenn der die Runde holt alter wenn der die Runde holt oh nein schade er hätte nicht abbauen sollen finde ich er hätte drunter bleiben sollen schade aber gute Runde ja wünsche euch viel Spaß schon mal Daumen und Abo dalassen wenn ihr mögt würde ich mich satt drüber freuen viel Spaß so hallo Tobias boah alter schrei doch nicht so ja Tobias ja lass Drago einladen der ist auch da dann sind wir zu dritt lass uns erstmal kurz einspielen lass mal kurz chill dich machen der Bubbele ist ein guter junge Mann der ist so ruhig ja Bubbele ich will mal kurz meine Ruhe haben das ist deine Ruhe dann mach doch nichts chill doch mal jetzt starte doch erstmal eine Runde hm kotz nein scheiß IFA der ist fast down sehr schön oh wir sind die ein bisschen warte ja oha warte mal ich will erstmal schweine schnell oh nein letzten Meter ja einen hab ich nein hinter mir fuck fuck ich brauch Muni der kommt oh der kommt der läuft ein ja ich finished war es dich war es dich? ja hab ich ich hab halt nischt mehr zum hier leichter ne ich kann nicht scheiße ich wollte wegboxen danke okay gau gut oh oh fuck Hasen die haben nicht mehr erwischt hab ich links glaube ich wo ist der letzte da hinten hinter mir hinter mir hier muss ich selber rollen jetzt ich höre ich höre es ist drinnen perfekt ich hätte ich doch holen können die zone kommt schon müssen schnell weg doch nicht davor noch einer nein meine waffe ist alle kommt wieder rein ich merke es ja Ich weiß, ich war nicht so knapp. Ja. Schaff dich gleich. Oh nice. Ich hatte ein goldenes Knockdown.